Kalea Park 6 Uhr die Sassmann Klammern in der Tat Kondierer mit mit dem Jahr wir suchen mal erst mal drauf Da okay noch aber noch mal heute machen Klapp der E-Familien weil ich kann ja nicht so gut machen noch ein Schaffling kann ich mein Bett machen kann mein Bett machen das soll ich bei der Suche machen mach ich lieber da haben doch noch nicht noch ein paar Schafe ja ich komm schon ja ich ein Bett kann man schon mal machen und die Richtung in die Richtung ist das Dorf an er kann und die Rüster brauchen ein schwerer sein wasser zum Vater ich mache euch den Dorn machen wir brauchen 2 kann ich jetzt ich habe jetzt nur eine Spitzkarte in Deutschland aber noch mal ein Gehort ich kann er nur jetzt schon mal das Schwert und die Spitzkarte und das tut ich bin ein Wasser ich bin ein Wasser jetzt fängt es wieder an Mann ey du hast gesagt ich soll dir ach so gar nicht dachte du bist auf der anderen Seite da hast du in Ordnung wo hast du in die Kurse gewinnt waren vor mir ich bin ich bin ich bin ganz kurz weil ich irgendwo aufgeregten Grasdokter und auf und abgebaut die wir brauchen ein ein wasser nicht da vorne und so auch anders. Ich will ja nur noch... Es sind zwei wasserzoll-zoll-zoll-zoll hier brauchen sie nur ganz in der Hand so rein du machst den und ich machst den was sollst du denn geholen? komm da mal her, tut uns doch nichts er soll herkommen und auch den Verbrannt ein Bett kann ich schon mal machen dann macht ihr eins warte mal ich gebe dir erstmal die Eifel zu drauf aber ich komme ich halte für mich ein Bett ja mach ich bitte erstmal die Wolle ach so machen ich habe schon einen ich habe ja gesagt in welche Richtung war das als hier ist das Tor in die Richtung kommt ich werde da in die Hand noch welche ach so ach so ja ich hab zwei Leder bekommen hat deine Kuh auch mit doch dieses machen wir jetzt aber mal durch ich bin schon er kommt jetzt sieht der richtig krass aus das sieht aus wie gebaut wenn du mal hier rein guckst guck mal rein nach in den Schacht da kein Mann in der Mann fahren dass wir eine Treppe halten ja es so können wir machen und du machst die Kisten auf ich bin jetzt in der Ausmacht und also hier ist keine Kiste drin denn hätten wir uns an die hier kannst du gleich ein Bett mitnehmen ja auch stimmt da wird so erledigt hier ist die Kiste aber ich werde auch sagen ich habe ja auch wenn alles gut ich gehe erst mal Karotten abformt für mich der 2.5 Euro ich kann nicht vorgleich mitnehmen ich kann auch vor dem Zeitraum egal ob ich diese vorgibt Dunger Kriege ist ja eigentlich egal das ich habe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich habe noch nicht ich habe ich kann auch mal in der Mara auch hier Antein glaubt er hat aber auch gar nicht die Karotten abgebaut und so wie abgefahren ich war die ganze Zeit bis aufgrund hochkontrollen 9 auch ich wollte hier den Grasblock abdauen das Eisen da unten ist ein muss man den Augen aufmachen guck mal auf meinem Bildschirm ist es da das kannst du nicht machen hier oben sieht er keine Dörfer mehr da kann sie mir dann auch nicht mehr ab mal gucken da bestimmt da kann ich kann dann werden kann guck mal rein Warte kann ja warte von der Tour auch wenn er die Schmerz von einem ich halte das mit aber nur ein Zeug hat ja nicht das Eisen und so abwarten könnte ich gleich am Machen da hat die Uhr da kriegst du das aber ich bin immer der Farmer der eigentlich immer abbaut haben wir das Leben ich gebe es dir ja ich will nur das Eisen abbauen Warte ich gehe jetzt den Eisen Gollum töten weil ich dann auch dreimal Eisen kriege oder viermal da gibt es schon mehr das mal ja das ist okay sind wir mehr hier war es nicht so gut da war es nicht so gut das ist ja dann auch ein ich muss gucken so wenn ich jetzt was falsch machen dann bin ich da und da jetzt kann ich den Bau machen da kann ich mich nicht tun ja ich darf halt nicht aufmachen nach der Bank ja nachdem er hat er sogar blühen geort er schlafen gehen er war mir gleich hier draußen schlafen ich habe mich noch nicht behalten weil er ich habe ja jetzt so viel oder ich gebe dir dann nicht dann war eine Haltung und an Verordnungen ein paar Jahre ich weiß ich weiß dass wir können wir beide machen da ein das war auch immer durch das ist schon gebraucht er war es nicht so schön genauer war es war ein nur ein ja ich hab schon einen Ofen mitgenommen ich hab schon einen Ofen in den Haus drin dann komm mit den jeweils weiter okay immer weiter hast du Karotten? guck mal in den Inventar das gar nicht in den Inventar ne auch Kartoffeln oder ich hab sogar die Dingchen mitgenommen so sie können den Weinen in diesem Haus noch nicht drin da war aber auch nichts drinnen da oben kann man das in der Fakke mitnehmen? Ach so können wir ja klar in welche Richtung war man dann? ich glaub in die war man nee das der Dschungel wollen wir in den Dschungel gehen? weil da kann der Dschungel Campesborn ne weißt du was? was liegt man am besten das liegt man am besten das liegt gut die Würde da ist auch nicht so viel los drin da kann gleich den Wasserfall runtergehen ja wo ist der? na hier bei mir oh warte da ist auch schon Schenkohl und alles da bist du denn? da sogar Eisen guck mal nach unten wolltest du in dieser Höhle sehen? ich dachte in dieser Höhle hier Theo pass auf oh nein ach man ich hab gesagt Theo pass auf ja es tut mir leid aber es war ja nicht weit bis zum Dorf oder? ja sammeln mal lieber meine Sachen ein ja den nee den komm ich nee dann geh den Wasserfall bitte runter dann mach ich aber da meine Sachen aber weg soll ich's machen für dich? ja ja wo war lang gegangen welche Richtung vor ich bin einer über den Wasser hier über das Wasserbegang glaube ich jetzt ist für mich ja warte mal ich will mal den Chat auf 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 das Eisen kann ich nicht abbauen warum es ist so gefährlich in der ersten so warte mal kurz mal drauf ich probiere mal zu füllen das nur dann macht man es mal am besten ich kann es ja nicht was war das war dann ist auch also an der anderen dort gehen wir mal zum Dorf gehen ich probiere mal das wieder zu finden ok ich probiere einfach mal das alles hier zu finden ähm Fehler Warte, alle Sachen, die wir nicht brauchen, können wir da runterschmeißen. Warte, warum kann ich nicht mehr? Kann ich mich mal teleporten vielleicht? So alles, was ich nicht mehr brauche. Ich glaube, ich kann mich teleporten. Wir brauchen keine Federn, oder? Wir brauchen keine Federn. Kann ich mich jetzt noch bewegen? Ne, ne. Wir brauchen aber keine Federn, oder? Wie geht man in den Chat? Die auch für Federn brauchen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, sonst alles weg. Nun brauchen wir auch nicht. Oder wird es dann Bettfernen noch? Alles gut. Ne, okay. Operator. Brauchen wir nicht? Weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht. Hör auf, man muss mich konzentrieren, weil ich mich nicht weiter zu dir teleporten kann. Ich kann nicht mehr NOTHELD sagen, sonst Watten Sie nicht mehr nach dem ich kann, sonst kann ich nicht mehr nachdenken. hier und die deine Alten die wenn sie mal ein Ende auch haben weil ich habe aber noch und meine anderen Sachen aus dem Aufruf nicht alle er gibt immer die anderen Sachen die ich noch auf ich habe noch mehr auf jeden Fall ich habe zum Beispiel hatte brauchen mit das war ein paar Prozent und dann gibt es mal die Kartoffeln und müssen sind doch dann der Geben Pallia ich weiß jetzt wie man teleportet ok also zu Not wenn es geht hast du noch mehr hattest du noch und ich hatte er hat mir mal die PX doch wenn ich jetzt freundlich die Verformen die Axt bräuchte ich nicht so kommen wir gehen ich konnte ich bin ja aber ich muss ganz dringend essen ich brauche noch ein bisschen ab hattest du noch mehr Sachen? Nein das ist egal was du noch haben das ist das ist du bist du jetzt? da da kann er weitergehen komm wir ja weitergehen wenn du jetzt stirbst kannst du dich auch zu mir teleportieren ja musst du aber machen Papageien komm rein in die Hölle welche Hölle wir können sogar Kakaobohnen machen ne ich möchte das jedenfalls nicht so ich wollte ich wollte bleiben Milonen oh wirklich? hier da will die mal auf für dich mal sein wir machen alles für Milonen die 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 aus Entschuldigung man warum rennst du mir eigentlich auch hinterher? ne ich hab ja noch mal ne ich hab schon welche ich hab 20 ich hab 19 naja ich hab 19 ich hab 19 ich hab 19 den auf sie da ich hab den muss man stehen in der Kirche der drittl in Vaumat noch vorher auch machen können immer um berlima aber nicht mehr der hat auf jeden Fall weil die nicht viel machen sie machen das war ich habe die Kartoffeln da okay Kakao brauchen wir nicht in Rundfunk in der Kartoffel wenigstens haben wir irgendwas mit einem anderen Teil und schon gerne halt den Dschungelkampel die Diamanten manchmal drüben bis zu 30 Stück kommen und ich darf jetzt kein Mensch bekommen o also da hast du was ich habe auch nicht in die Haube gesehen ich gehe ein von dem Moment und dann in die Wohnung er soll wieder machen wir brauchen aber auch ein bisschen wo hast du denn da da könnten der mann damals ganz häufig dass man da die Erwunden hat jetzt liegen kommt ach es ist ein wie auch egal er hat Angst in einem mit der Leer und liegt auch einfach daran dass sie einfach dass dann mehrere Zornis drin wir können aber das ständige ein nach oben ich bin mir immer nicht schon wirklich hoch da stimmt man schon hat er gemerkt bei den beiden hohen Turm das Mann wo wir runter einmal runtergefangen sind und wir hatten damage dann sind wir gestorben was machen was überhaupt eigentlich kann das wenn man sich nicht die glaubt die greifen dich auch an ich bin mir da gar nicht sicher ob die dich angreifen aber könnte sein ne ja würde ich aber nicht wir brauchen die gar nicht dann hast du das umsonst gemacht um die sich in haben wir noch immer noch man guck mal hier wenn man da war hat einer noch ein schwer von euch die Börbete 1 ich will die töten wenn ich kann welche Töten die Spender doch heil ist komme drunter mag auch nicht sind da für mich geholfen hier muss man schwerführend und doch deine eigenen Städte die macht mehr dann mit schluss doch das Schwerpunkt mit seiner alten und spitzende Spitzhocke der Koalige Eimer und alles ich hätte auch da habe ich nicht wer immer nicht unter uns der Fall auf die Klinik andere haben ja ich hab halt auch sehr gut dann das ist sehr gut dann habe ich das vergessen geht so kann ich habe eine Hexe hier oben gehört und da kommt rein und schlafen sehr gut wenn sie nicht so gut und überlegt reichen die Hexen ohne Grund an oder muss die zuerst ausprobieren oder muss sie die zuerst angreifen die greifen dich glaube ich ohne Grund an oh scheiße Theo guck mal vor dir da sind auch noch Zombies dahinten hey das ist doch nicht wahr das ist ja eigentlich egal so lange nee wir müssen uns jetzt hier irgendwie hochkommen Kohle, können wir für den Ofen benutzen? ja nimm die mit können wir unser Eisen braten? ich hab ja noch Eisen gesammelt hast du die? ja hier zweimal ein wollen wir schon mal hochbauen dann? wollen wir uns hochbauen? wo bist du? hier, guck mal hinter dir komm, wir bauen uns mal hoch ich brauche noch mal ein bisschen Ding ich baue mal ein bisschen Steiner, pass mal Steiner in ein paar zwei noch baue mal ein bisschen ab für Stein Sachen weil wir brauchen noch ein bisschen wir müssen uns aber auch irgendwie hochbauen Stein Sachen sieht man ja auch oben also Steiner, bauen wir mal ein bisschen ab ich baue einfach um und es ab wir brauchen auf jeden Fall kein Ofen mehr ich hab mir einfach von Schmied an ich hab mir einfach von Schmied da ein dann können wir die schon mal ach, dann kann ich die gleiche stehen lassen warum? na, weil ich mir jetzt mal ein Dings machen wollte nur Stein und ich hab Angst, dass ich dich halt kille alles gut ich hab mich schon 22 ja, mach mal noch ein bisschen, ja ja, ich will auch zum Hochbauen und so ja, wir machen mal mit ihr Sachen eine Treppe würde ich sagen soll ich die Bauern die Treppe? ja, ich hab mir Angst, dass ich dich jetzt treffen alles gut, geht schon nicht passieren doch Leben hat es dann schon weg ich hab mir mal ein bisschen Stein ach ne, ich kann mir auch selber anfangen ich hab das bezahlt, aber ich hab aber jetzt ich hab aber jetzt ich hab aber jetzt ich muss mich zählen ich hab noch mehr ich hab noch mehr ich hab 30 reicht es? ja, es reicht und so aufhören das ist eine Stein holen ich kann einen Stein holen machen ich hab sogar noch Holz so ich mach uns ein Schwert rauszunehmen ich kann uns sogar facken mach mal ein paar dann haben wir aber keine Kohle mehr doch wo wir haben Kohle ich hab noch ein bisschen doch ich hab oder wollen wir hier unten unser Haus bauen? keine gute ja, dann können wir aber auch mal in die Höhle gehen ja meinte ich ja okay, können wir eigentlich machen, hast du recht dann können wir das gleich hier stehen lassen dann machen wir aber heute Schluss für heute würde ich sagen, heute machen wir nicht mehr weiter weil wir sind über 10 Minuten warte ich will nur noch kurz gucken morgen mach mal weiter, okay raus okay, ich kann gar nichts mehr kaufen Leute, wie gesagt, man kommt mit Tiny ist für heute würde ich sagen vorbei also morgen geht wie gesagt weiter, ciao tschau tschau